moin moin ich grüße euch zu diesem video so mein kofferraum ist gepackt und ich bin nicht allein unterwegs chanis ist mit dabei in zukunft auch öfters mit dabei hoffe ich doch so der robert und der david sind auch mit dabei und zwar wollen wir jetzt über das wochenende durch die gegend fahren sage ich jetzt mal und paar lost places besichtigen und ja was wir alles auf der tour so erleben und wie die lost places so aussehen erfahrt ihr in diesem video viel spaß wir sind jetzt auf dem weg unser zu unserem übernachtungsspot oder eventuellen übernachtungsspot einen parkplatz irgendwo an einem fluss und wir haben jetzt noch circa zwei stunden und 20 minuten also etwas weniger zu fahren der robert er folgt uns unauffällig mit seinem auto und das auto ist auch gut gepackt ja dann wenn wir den parkplatz gefunden haben und zufrieden sind mit dem parkplatz dann werden wir uns eventuell vielleicht noch mal einen spot eine location angucken aber das entscheiden wir dann spontan und morgen steht dann die große lost place tour an da werden wir uns dann auf jeden fall verschiedenste verlassene objekte angucken ich weiß nur noch nicht wie ich das mache ob ich die dann mit in dieses video rein packe oder ob ich dazu extra videos mache aber ich denke mal das werde ich von der location abhängig machen wenn das eine spannende eine große location ist dann werde ich die in zukünftige videos extra machen und so kleinere wo jetzt nicht so viel zu sehen ist die werdet ihr dann hier in diesem video mit sehen ja meine kamera frau die janice die ist auch mit am start ja die macht ihren job denke ich mal auch ganz gut dafür dass das erste mal dabei ist und genau wir fahren jetzt erstmal zu dem parkplatz schauen ob da was ist für unsere übernachtung und ja ich würde sagen wenn wir dort sind melde ich mich wieder da 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 Aber nach einem kleinen Abenteuer über tolle Wege, sag ich jetzt einfach mal, Feldwege, haben wir jetzt... Wie nennst du das? Ja, Mondlandschaften. Ja, danke. Ja, also wir haben eine sehr abenteuerliche Reise hinter uns und jetzt auf jeden Fall Dachzelt steht, Robert, sein Schlafplatz steht auch. Ich zeig's in die Kamera. Ja, jetzt sieht man was. Das ist doch schon wieder cool. Ja, das hat was. Naja. Ist zwar nicht perfekt, aber... Der David, der wird dann im besten Fall später zu uns stoßen, vorausgesetzt er schafft den Weg. Ja, und wir machen es uns jetzt noch hier ein bisschen gemütlich, weil heute im Lost Place, das wird, glaube ich, nichts mehr. Und ja, ich würde sagen, dieses Lager hier werde ich euch morgen bei Tageslicht noch mal zeigen, bevor wir dann losfahren und uns die ersten Orte morgen angucken. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Viel Spaß. Guten Morgen. Ja. Wunderschönen guten Morgen. Wie ihr sehen könnt. Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Ja, die anderen zwei, die sind am späteren Abend auch noch mal endlich zu uns gestoßen. Wir haben es alle geschafft, auch wenn die Strecke gerade ein bisschen abenteuerlich war. Alle schön frisch, gut und ausgeschlafen. Ja. Unser Frühstückstisch, der sieht aus wie, ja, unordentlich halt. Jo. Also, wir trinken jetzt noch unseren Kaffee leer und dann wollen wir losmachen zur ersten Location des Tages. Und wie die dann aussieht, das seht ihr dann in einem anderen Video, denke ich mal, weil das ist ein sehr großes Objekt. Aber wenn das Video raus ist, werde ich hier mal eine kleine Infokarte dalassen und dann könnt ihr euch das mal angucken. Ansonsten werden wir heute vielleicht noch ein paar andere Locations besichtigen. Die werde ich dann hier in dem Video zeigen. Also, wir haben jetzt noch ein paar kleine Infokarte. Wir haben jetzt unser erstes Ziel am heutigen Tag erreicht, mit ein bisschen mehr Verspätung als erwartet. Hier wird sich schon mal seelisch und moralisch fertig gemacht. Und, ja, ihr seht hier schon mal einen Wachturm. Und um dieses Objekt geht's. Und das seht ihr aber in einem anderen Video. Und ich würde sagen, ich berichte euch, sobald wir wieder draußen sind. Mit dem Gefängnis sind wir jetzt durch. Und es war spannend, definitiv. Also werdet ihr das in Zukunft in einem Video sehen. Und wir machen uns jetzt auf und wollen ein bisschen die Schulbank drücken. Und zwar erwartet uns eine Förderschule. Und ich bin mal gespannt, wie die aussehen wird. Also, ich melde mich, wenn wir vor Ort sind. Wir haben jetzt die zweite Location am heutigen Tag erreicht. Irgendwo in die Richtung soll sie sich befinden. Und, ja, wir schauen jetzt einfach mal, ob sie sich lohnt. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach später nochmal. Also, diese Location, die wir uns jetzt angeguckt haben, die war sehr viel größer als erwartet. Wir haben gedacht, es handelt sich nur um eine einfache Förderschule. Aber es war wohl doch sehr viel mehr als nur eine Förderschule. Und dazu gibt es definitiv auch nochmal ein separates Video. Aber aufgrund der Uhrzeit und der Jahreszeit haben wir das leider noch nicht mal komplett besichtigen können, das Gelände. Aber ich bin mir sicher, wir werden irgendwann, irgendwann in Zukunft nochmal hierher kommen und uns das komplett nochmal angucken. Und jetzt suchen wir uns erstmal einen Schlafplatz für die Nacht aus und dann melde ich mich wieder. Wir haben wieder einen Schlafplatz für die Nacht gefunden. Hier im Hintergrund vorwerkeln der David und der Robert noch an den Unterstand, falls es wieder das Regnen anfängt. Aber nur voll. Ja, weil heute Morgen war es ja nun nicht so trocken und das wollen wir diesmal vermeiden. Deswegen basteln die jetzt hier unten das Taub auf. Ja, und im Großen und Ganzen haben wir es uns hier eigentlich auch schon wieder gemütlich gemacht. Und ich würde sagen, wie das Lager wirklich aussieht, das zeige ich euch morgen dann nochmal bei Tageslicht. Jetzt, wenn die dann hier noch am Taub rumbasteln, werde ich mich ums Essen kümmern. Heute wird schön gegrillt. Und ja, dann, ja, perfekt. Die bauen gerade das Taub auf und es fängt das Regnen an. Naja, also ich würde sagen, ich melde mich dann später nochmal. Und ich bin der Ober, ich bin auch dabei. Der Grill steht, wie ihr schon gesehen habt. Die Steaks rutzeln vor sich hin. Und ja, wir machen es uns hier jetzt noch schön bequem und lassen den Tag schön ausklingen. Wir labern jetzt noch ein bisschen blöd. Und ich würde sagen, falls nichts weiter vorfallen sollte, sehen wir uns dann morgen wieder. In diesem Sinne, eine gute Nacht und bis morgen. Hallo. Ich bin in Ruhe. Guten Morgen. Also, die Nacht ist wieder überstanden. Ich glaube, ich habe mir einen leichten Stupfen zugezogen, aber nichts weiter Dramatisches. So einen leichten Baut wuchs aus Tagrecht. Ja. Aber das Feld kam auf. Ich habe mich vor zwei Wochen erst rasiert. Ja, Tatsache. Aber ich habe mich vor zwei Wochen erst rasiert, deswegen, das dauert ein bisschen bei mir. Okay. Na ja, und wir sind hier noch schön am Frühstücken. Siehe David. Salat und so. Und der Uwe ist auch dabei. Ja, auch der. Da steht noch schön Kaffee und alles. Ja, und den werden wir jetzt noch in Ruhe austrinken. Dann wird zusammengepackt und dann geht es weiter zu einer Location, wo wir gestern waren, weil wir dort nicht ganz fertig geworden sind. Das war jetzt durchaus spannend. Ja, wir haben jetzt ewig lang philosophiert, ob wir jetzt hier wirklich nochmal reingehen, weil hier sind ein paar ganz kuriose Dinge abgegangen. Leute, die im Auto sitzen und dann einfach nur ein paar Meter weiter fahren und dann weiter im Auto sitzen bleiben und dann plötzlich wegfahren. Vermeintliche Obdachlose, die den Eingang zuschließen und dann weg abhauen. Ja, und irgendein Auto, was die ganze Zeit gerupt hat, als wäre eine Hochzeit oder sowas. Naja, auf jeden Fall von diesem Objekt hier, wo wir uns gerade befinden, haben wir uns gestern schon einen Teil angeguckt. Das werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Infokarte folgt, sobald das Video online ist. Und heute machen wir auf jeden Fall den Rest. Und das seht ihr jetzt in diesem Video. Und ja, ich denke mal, so viel wird es nicht mehr sein. Weil, wie man hier schon sieht, abgesehen von der Tafel da hinten und dem TÜV, ist hier in dem Raum auch nichts weiter zu entdecken. Ja, wir schauen einfach mal, was so Spannendes noch hier auf uns wartet, auf diesem Lost Place. Wir sind nicht alleine auf dem Gelände. Wir wissen jetzt nur noch nicht, ob das auch einer ist, der nur sich das Ganze angucken will. Oder der hier auf dem Gelände ein bisschen aufpasst. Also er ist auf jeden Fall zügig gelaufen. Wir wissen es nicht. Was hätten die so gehabt? Ich weiß nicht, ob wir... Äh, ja. Also Fakt ist, wir sind nicht allein auf dem Gelände. Naja, wir schauen einfach mal. Wir wagen einfach. Ja. Aber das war auch... Also immer schön, wenn den Männern festdecken. Ja, wir gucken einfach mal. Und hoffen, dass es einer ist, der uns keine Probleme macht. Läuft wieder. Läuft heute richtig gut. Wir wissen es aber immer noch nicht. Sehr hier. Da ist er. Ja, hier ist ein Feldbett. Steht ein Haufen Zeug. Also ich würde jetzt Eis-Karten auf und zu laufen. Ja, das sind Erfste. Ach, gut. Die tun uns nichts. Wir vermuten mal, die tun uns nichts. Servus. Morgen. Okay, alles safe. Ja, gleich ich einfach mal. Hallo. Hier auch. Ich habe richtig zugewachsen. Ne, das Gebäude haben wir gestern noch gar nicht gesehen. Ja, das hier ist schon wieder echt cool. Ach ja, guck mal. Guck dir die Tür auf. Oh, ja. Da liegen halt noch ein paar... noch ein Haufen Unterlagen. kreuz und quer. Also ich würde fast behaupten, das hier war Hauptbüro, Verwaltung und so weiter. Hier ein Haufen Bücher. Das ist schon wieder krass. Das ist schon mal ein Kalender vom Jahr 2015. Juni, Juli, August. Also eventuell im Sommer 2015 wurde das Ganze vielleicht eventuell stillgelegt. Hier ist noch mal eine Küchenzeile. Ich muss mal aufpassen, wo man hintritt, hier liegt alles verstreut. Da unten liegt noch... Es liegen noch Teebeutel rum. Komplett verstreut. Alles voller Teebeutel. Und Cappuccino. Hier steht noch eine Kaffeemaschine. Was ist das? Das ist nur ein Glas mit Folie drin. Ich glaube, das war mal Kaffee. Glaubst du, so weißt du. Also für mich sieht das aus wie Kaffee. In so einer... Keine Ahnung, was ist das? Ach nee, ist Kakao. Kakao steht drauf. Da ist sogar noch was drin. Wollte ich bloß nicht probieren. Nee, heute nicht. Oh, jetzt nicht mehr. Wie lange ist denn das haltbar gewesen? Bis 2007. 9.08.2007. Ja, das steht schon ein paar Tage. Das sind anscheinend Bilder von dem Gelände hier. Wie es damals noch im Betrieb war. Hier sind noch ein paar Dias. Ach, das sind Dias von Pflanzen? Ja. Wir haben ja vorhin was für Gärtnerei und so gelesen. Die hier, genau hier drüben. Ja. Also das hat sich auf jeden Fall mit Gärtnerei zu tun. Hier ist auch nochmal etwas Spannendes. Irgendwie so eine Art Keller. Komplett zugewachsen. Ja, gehen wir mal gucken. Ja, wir hängen ein paar Kleiderhäken. Die Wand, die sieht eigentlich auch irgendwie gut aus. Jetzt haben wir mal hier. Hä? Stammzugs oder was? Ach, krass. Ach, das ist eine Schießbahn. Ja, geil. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, das sieht aus wie eine Schießbahn für Luftgewehr, Luftpistole. Ja, mega. Ja, mega. Habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, da konnte man das. Das ging es früher mal hier drehen und dann ging es nach da hinten. Und dann konnte man drauf schießen. Ist ja cool. Hier ist auf jeden Fall nochmal wieder ein größeres Gebäude. Steht irgendwas von Info. Und... Oh, ein Automat für Kinderspiele-Sachen. Viele werden ihn wahrscheinlich kennen. Hier ist auf jeden Fall ein riesig großer Raum. Ich glaube, hier war ein Speisestaal. Und hier gehen verschiedene weitere Räume weiter. Da sind auf jeden Fall ein paar Küchen. Das sieht mir nach einer Art Großküche aus. Auf jeden Fall konnten hier mehrere Gerichte zubereitet werden. Und dann würde ich fast behaupten, war hier alles in dem Bereich Speiseraum. Und hier, was haben wir hier? Alles so gefließt. Das sieht wieder nach Wasser- und Luftversorgung aus. Das sieht halt auch irgendwie aus, als ob das mal eine Küche war. Ja, ich glaube, das war mal eine Küche. Da steht abschmecken. Ja. Hier gibt es drei verschiedene Gerichte. Einmal normal, einmal ohne Schwein und einmal vegetarisch. Also für jeden Geschmack etwas. Das hier sind die Kühlkammern gewesen. Da wurden wahrscheinlich die Vorräte gelagert. Essen, Trinken, Zutaten. Viel ist hier nicht mehr. Hier noch ein paar Styropor-Halterungen, wo wahrscheinlich damals das Essen reingetan wurde. Hier Besteck. Hier die Teller. Hier vielleicht, bei einem Besserbeiden, dann wahrscheinlich das Dessert. Und vielleicht noch eine Beilage. Aber das sind dann vielleicht die Deckel dazu. Na ja. Gucken wir mal weiter. Hier ist ein paar Heizkörper. Ein TÜV. Ein paar demolierte Fränke. Hier noch ein paar Kissen, Decken oder was das sein soll. Hier auf dem Boden verteilt. Da scheint so etwas wie ein Empfang zu sein. Vielleicht war das hier aber auch eine Bar. Dass man hier sich einen Drink genehmigen konnte. Dass man da vielleicht hier reingekommen ist. Na ja. Aber sonst ist hier auch nichts mehr. Jetzt gucken wir hier rein. Gucken wir hier rein. Und sehen, da steht eigentlich noch ein Computerbildschirm. Dann ein Haufen Kinderbücher. Aber sonst lässt sich hier auch nicht mehr viel entstauen. Also ein Haufen Gerümbel, Textilien. Und dann ein paar Möbelstücke, Schränke. Aber sonst ist hier nicht mehr viel. Robert ist schon wieder voraus. Also wir nehmen den Eingang von diesem Gebäude. Klettern nicht durchs Fenster. Hier liegen noch ein paar Disketten. Ein Holzspielzeug für Kinder. Hier waren, wie es hier schon drauf steht, Maler und Tischler zugange. Dass hier Ausbildungsstätte für Maler und Tischler war. Ja, das sieht hier ziemlich nach Werkstatt aus. Aber ist auch nicht mehr so viel zu entdecken. Ja. Da ist Schränke. Hier sieht man sogar noch, wo welches Werkzeug gestanden hat. Gehangen hat. Da steht nicht noch eine Drahtbürste. Ja. Also ich würde sagen, das hier waren auf jeden Fall irgendwelche Werkräume. Und das hier könnte das Meisterbüro gewesen sein. Und da sehe ich doch einen Kalender von 2018. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, hier war Chefbüro, Meisterbüro. Ich habe jetzt ein paar Informationen zu diesem Gelände gefunden. Und zwar handelt es sich hier um ein komplettes Jugenddorf für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit verschiedenen geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen. Und ja, hier wurden sie dann ausgebildet, weitergebildet. Und ja, hier gab es auch die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln oder überhaupt irgendwie eine Chance zu kriegen auf das Berufsleben. Und ja, dieser Komplex hier wurde alles 1947 gegründet. Und ich denke mal, von dort an immer wieder weiter ausgebaut und weitergebaut und vergrößert. Eines der letzten Gebäude, gehen wir mal davon aus, dass es das letzte Gebäude ist, auf diesem Gelände. Sieht sehr interessant aus mit den ganzen Flaschendeckeln, die hier rumliegen, die sich irgendjemand mal irgendwann hier verteilt hat. Hier ist auf jeden Fall nochmal eine Bar. Da sind auch, ja, da in der Ecke steht ein Aschenbecher. Noch ein bisschen Gläser und ja, es sieht aus, als ob das hier mal mit einem Kaffee war oder sowas. Hier für Salz, Pfeffer, Zucker, solche Halterungen. Da oben das hier. Das sieht so aus, als ob da die Karten drin waren, die Speisekarten oder Getränkekarten. Ja, und von der Größe her könnte es auch hinhauen, dass das hier mal Kaffee oder Restaurant war. Gucken wir mal hier rum. Da sind auch wieder ein paar Kleiderhaken. Und Robert, ist da hinten noch irgendwas Interessantes? Äh, absolut nichts. Absolut nichts. Also, leere Räume oder was? Also, tatsächlich ist da hinten gar nichts mehr. Ja, wenn du sagst, dass da nur leere Räume sind oder so. Die Computer wurde ruhig nach dem Boden legt und das war's. Hm. Naja, gucken wir mal. Die Computer. Aber ja, hier sieht man es. Ein leerer Raum. Hier ein paar alte Computer, aber wahrscheinlich ziemlich ausgeschlachtet schon, denke ich mal. Also ein paar Festplatten sind da noch. Hier sind aber noch mehr Computer. Hier sind sogar noch Bildschirme. Ein DVD-Player ist hier noch. Noch in weitere Akten. Oh, ich glaube, das hier ist ein Scanner gewesen. Ich glaube, wir haben jetzt das komplette Gelände abgearbeitet. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Location. Und, äh, ja, ich will noch mal sagen, das, was ihr jetzt gesehen habt, das war ja der zweite Besuch hier. Und wie der erste Besuch hier abgelaufen ist, das seht ihr in einem anderen Video, was irgendwann in Zukunft auf meinem Kanal erscheinen wird. Beziehungsweise, falls man dieses Video jetzt erst später sieht, irgendwo auf meinem Kanal schon online ist. Und ich würde sagen, hier die Infokarte sollte es schon online sein. Und an dieser Stelle sind wir jetzt mit der Location durch. Wir gehen zurück zu den Autos und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind zurück an den Autos und wir haben nach kurzer Absprache beschlossen, dass wir jetzt langsam wieder Richtung Heimat fahren. Weil wir haben jetzt trotzdem noch ein paar Stunden Fahrt vor uns. Und einige von uns hier müssen morgen auch wieder bei Zeiten raus. Deswegen würde ich sagen, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Und hier nochmal, wollt ihr auch nochmal Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss, Jacqueline. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin der Uwe. Tschüss. Tschüss. Tschüss.